Moin Leute, die zweite Folge ist ja heute auf Disney Plus gestartet zu The Falcon and the Winter Soldier und ich hab gedacht, jetzt ist noch wieder Zeit für eine Analyse, wie geht's weiter und eine kleine Zusammenfassung, was uns da erwartet hat. Natürlich hab ich vergessen die Folge 1 zu besprechen, die fließt ja auch ein bisschen mit rein, das passt auf jeden Fall. Wenn du natürlich Bock hast auf weitere Superheldenfilme, Serien, die ich besprechen soll, natürlich aber auch andere Filme, dann lass doch gerne ein Abo hier. Ich würde sagen Leute, das ist eine neue Folge Nerdschule. Ich bin Dennis und ich würde sagen, es geht los! Mann, 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 es ist ja vieles passiert in der Folge 1 und 2. Ihr wisst ja, die gingen ja so teilweise fast an die 15 Minuten, diese Folgen und bei Folge 1 kann ich mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben auf jeden Fall die Flex Smashers gesehen. Wir haben natürlich die einzelnen Geschichten nochmal so als Hintergrundstory von dem Sam Wilson gesehen und natürlich auch James Bucky Barnes und natürlich wurden auch andere Sachen so ein bisschen angedeutet, angeteasert und natürlich James Bucky Barnes, John F. Walker wurde eingeführt als Captain America, weil natürlich Sam Wilson den Schild an die Regierung abgegeben hat, weil er dieser Ehre nicht gerecht wird. Kann man verstehen, wie man möchte, aber ist natürlich sehr schade und darum kommt es natürlich auch in dieser Folge 2 bis zum Konflikt mit James Bucky Barnes, der es natürlich nicht verstehen kann, weil seinem Buddy, Steve Rogers, gibt dieses Schild natürlich klar den Sam Wilson, dass er das tragen soll. Da einmal zu so einer kleinen Zusammenfassung. Auf jeden Fall muss ich sagen, gefällt mir diese Serie bisher ziemlich gut. Es ist so eine Mischung aus natürlich ein bisschen Action, Abenteuer, On-Buddy-Komödie und ich würde jetzt trotzdem erstmal nicht so lange rumreden. Ich fange an mit der ersten Sache, die mir aufgefallen ist und was ich besprechen möchte, ist natürlich erstmal John F. Walker, a.k.a. Captain America. In Folge 1 sehen wir auf jeden Fall, wie John Walker ja erstmal überhaupt als Captain America, als der neue Captain America auftritt. Seine Rüstung sieht natürlich sehr neu aus und in Folge 2 sehen wir natürlich klar, dass er selber so sagt, wird er dieser Sache gerecht. Er ist sehr patriotisch, auch wie in den Comics ist er natürlich so einer, der Courage zeigen möchte und ja, es ist so ein bisschen in diese Richtung der Comics auch angedeutet. Was ich sehr gut fand, auf jeden Fall, dass der Schauspieler White Russell ihn so richtig ein bisschen schleimisch spielt. So, ja er ist es ja natürlich sehr geleckt, ist gar nicht, ist überhaupt rasiert. Nach später hat er auch sich ein Bart wachsen lassen, was ja dann so nachher die Richtung, sag ich mal, wie in den Comics geht. Und natürlich kann man nochmal sagen, dass John Walker selber zweifelt, wie soll er dieser Ehre gerecht werden. Und es kommt dann nachher auch zum Kampf zwischen den Flag Smashers, wo er dann halt auch auf die Fresse ein bisschen fliegt. Man kann auch sagen, durch seine Courage und so durch seinen Patriotismus ist es nachher auch so ein bisschen, dass er sich natürlich diesen Konflikt zwischen Sam und Bucky einheimst. Was natürlich wohl auch Sache antiesern könnte, dass in dieser Folge, dass man später natürlich klar den Konflikt zwischen den beiden Parteien haben wird. Das könnte man sagen. Es ist so, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass er natürlich klar ein Regierungsagent ist. Er hat natürlich jetzt nicht wie in den Comics übermenschliche Stärke, aber er hat sehr viel Kondition, Ausdauer, Agilität und ist natürlich auch sehr intelligent. Das hat man gemerkt und er kann natürlich mit dem Schild sehr gut umgehen. Dazu hat er natürlich seinen Kollegen, den Huskins, der ist nämlich Battlestar. Das war so ein bisschen, fand ich, so ein kleiner Witz als Sidekick. Ähm, naja, da musste selber Bucky Barnes schmunzeln. Ich habe immer gehofft, dass Bucky Barnes ihn, glaube ich, einmal die Fresse poliert. Aber natürlich hat das einen Grund, warum Lamar Huskins Battlestar wird. Wenn man mal sagen muss, beide haben keine übermenschlichen Kräfte. Sie haben das Superhelden-Serum nicht bekommen. In den Comics ist es natürlich so, dass Lamar Huskins irgendwann Battlestar wird. Durch den Powerbroker bekommen sie ihre Kräfte. Das ist nämlich noch so ein Punkt, wo ich später darüber reden werde. Also ihr merkt schon auf jeden Fall, es wurden John F. Walker eingeführt als Captain America. Vielleicht in der Zukunft der neue US-Agent werden könnte. Und dass der Weg frei macht für die Thunderbolts. Frage ist das wirklich, wird es vielleicht passieren. Und natürlich haben wir noch Lamar Huskins, seinen besten Buddy, auch wieder in den Comics, der natürlich Battlestar ist. Fände ich sehr geil, wie sie es eingeführt haben. Und macht auch wirklich Sinn und macht auch Spaß dazu zu schauen, wie die beiden Parteien sich, sag ich mal, auch so ein bisschen diskutieren. Und vielleicht auch streiten würden. Dann komme ich auf jeden Fall natürlich zu Bucky und natürlich Sam Wilson. Was so ein bisschen passiert ist in der Folge 1 und 2. Wir können das mal anfangen mit Sam Wilson. Sam Wilson ist natürlich zu seiner Schwester zurückgegangen. Er ist sehr als, sag mal, Regierungsagent tätig. Und wir merken auf jeden Fall, nach dem Blib hat sie alles geändert. Es kommen wohl neue Helden. Und alle merken natürlich so, die Allianzen sind zerbrochen. Und ja, man merkt einfach, dass es nicht mehr so war wie vorher vor diesem Blib. Und Sam Wilson hat natürlich, sag mal, sein Suit. Und er hat auch jetzt Red Wing. Wie in den Comics hat er Red Wing. Kann mit ihnen auch telepathisch kommunizieren. Was er natürlich noch nicht kann, ist natürlich mit Vögeln kommunizieren. Aber das können wir schon mal sagen. Und wir sehen auch in der Folge 2 ein bisschen mehr, was er mit dieser Technik einstellen kann. Natürlich hat er ja auch keine übermenschliche Kräfte. Und kann nachher auch gegen die Flex-Meshers gar nicht gegenhalten. Aber man merkt immer so ein bisschen mehr über den Charakter. Welche Einstellung er überhaupt hat. Das finde ich halt auch sehr gut. Und natürlich auch die Disney-Macher haben so ein bisschen der Figur natürlich jetzt diese Hintergrund-Story gegeben. Warum er, sag mal, den Schild abgegeben hat. Was natürlich Bucky nicht verstehen kann. Ich kann das teilweise verstehen. Aber eigentlich wäre es ein cooles Statement gewesen. Auch jetzt in der jetzigen Zeit hätte man wirklich den normalen Falcon als Captain America eingesetzt. Vielleicht wird sie auch später so kommen. Kann ich, sag mal, kann ich vielleicht zu 90% sagen, dass das wahrscheinlich so kommen wird. Dass es dann am Ende der Serie so passieren wird. Und natürlich kann man sagen, dass natürlich Sam Wilson, ja, also diese Stimmung zwischen den beiden, das passt einfach. Und das hat eigentlich wirklich sehr Spaß gemacht. Einerseits haben wir natürlich James Bucky Barnes, der zum ersten Mal nach der Sache im Wakanda natürlich jetzt, sag mal, befreit ist. Und er in einer Therapie von der Therapeutin natürlich jetzt gesagt bekommt, du bist jetzt frei. Du hast jetzt die nächste Chance bekommen. Und sollst natürlich nicht töten. Ähm, und man sieht einfach auch, wie Bucky sich verändert hat. Dass er wieder so in diesem sozialen Leben teilhaben möchte. Und im zweiten Teil ist er natürlich auch stinksauer, sag ich mal, auf Sam Wilson. Und will natürlich ihn zur Rede stellen wegen dem Schild, warum er es abgegeben hat. Eigentlich kann man sagen, die zweite Folge hieß eigentlich der Schild. Aber es war natürlich eigentlich der, die Folge hieß natürlich der Sternenbannermann. Also was für ein Titel, aber naja. Auf jeden Fall kann man sagen, James Bucky Barnes hat man jetzt gesehen. Er hat natürlich sein Wakanda-Arm. Und ja, ich finde, das passt zu ihm. Und wie in den Comics ist es auch so, dass natürlich James Bucky Barnes durch diesen Arm übermenschliche Kräfte hat. Aber trotzdem können sie nicht gegen die Flex Smashers antreten oder gegen, also sie kriegen voll den Arsch versohlt. Und man merkt auf jeden Fall, sie müssen da irgendwie Allianzen schüren, um diese Macht zu bekämpfen. So Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt über John Walker geredet, über seinen Sidekick, Battlestar und natürlich über Sam und über Bucky. Natürlich fehlen jetzt noch so ein bisschen die Bösewichte. Wir haben in der ersten Folge natürlich George Batroc gesehen. Natürlich Batroc, der Leader, der kam ja in der ersten Folge ganz kurz auf. Der war ja auch schon mal im Civil War zu sehen. Und ja, ich kann einfach sagen, das war jetzt keine mega große Rolle, aber er ist auf jeden Fall da vorhanden. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite jetzt die Flex Smashers. Die Freiheitskämpfer, die natürlich ihr Motto jetzt haben. Eine Welt, alle geeint. Naja, cooler Spruch in Art. Sie wollen natürlich den Zustand vor dem Blip wieder haben, wie es mal gewesen war. Ja, also sie sagen natürlich, die neuen Mächte, die nach diesem Blip entstanden sind, sollen vernichtet werden. Also das haben sie ein bisschen so gesagt. Und an der Führungsspitze ist natürlich Carly Morgan V. Eigentlich eine Referenz zu den Comics zu Carl Morgan V. Auch ein Freiheitskämpfer, aber eher natürlich der Captain America Bösewicht. Und hier ist das so ein bisschen anders. Man geht natürlich dann ein bisschen auf, ja, man nimmt es einfach eine Frau, aber man hat natürlich auch so zum Beispiel die Political Correctness mit reingenommen. Und natürlich auch nachher so ein bisschen die Polizeigewalt, wo natürlich dieser Konflikt zwischen Sam und Bucky kommt. Dass natürlich die Polizisten so wegen Rassismus Vorurteile natürlich, sagen wir mal einfach ohne zu zimpern, natürlich hier, sagen wir mal, Sam zu Redestellen und ihn verknacksen wollen. Was natürlich so ein bisschen in Amerika ein gutes Statement ist. So jetzt sind es halt so Black Lives Matter, ja, Bewegung. Und das fand ich schon mal nicht schlecht. Aber wir wollen natürlich über die Flex Smashers reden und was deren Grund ist. In einer Szene sehen wir natürlich aber auch nochmal, dass eine SMS rumgeht. Du hast mir was gestohlen, ich werde dich töten. Und alle haben natürlich auch Superkräfte. Und es ist die Sache so, Superhelden Serum haben sie wohl bekommen oder gestohlen. Und natürlich fiel dann der Name ein Power Broker. Wir haben aber in einer anderen Szene nochmal gesehen, wie Sam und Bucky natürlich, sag ich mal, den Ezra oder wie der hieß, natürlich getroffen haben. Und das war ja so ein bisschen, ja, das ist natürlich nicht der Black Captain America, aber er hatte auch diese Superkräfte gehabt. Und wahrscheinlich hat der Power Broker bei ihm, sagen wir mal, experimentiert. Und sie haben natürlich das Superhelden Serum, also die Flex Smashers haben das Superhelden Serum von diesem Power Broker gestohlen. Der wird wahrscheinlich eingeführt, ist auch ein Bösewicht in den Marvel Comics. Dann hat man aber einen Punkt nochmal genommen. Man hat natürlich den alten Hydra-Boss Baron Simu am Start, wahrscheinlich in der nächsten dritten Folge. Und den hat man nämlich gesehen, dass der in Berlin im Gefängnis absitzt. Wahrscheinlich wird er jetzt rausgelassen und wird sich dann, denke ich mal, vielleicht mit Sam und Bucky zusammentun und gegen diese Mächte, Kräfte gegen vorgehen. Und vielleicht ist das natürlich mit John Walker und natürlich aber auch mit Baron Simu der Start der Thunderballs. Also merkt ihr, es ist viel passiert. Auf jeden Fall, John Walker ist der neue Captain America mit Battlestar. Wir haben die Flex Smashers. Als Anführerin haben wir da Carly Morganfrau, eine Referenz zu den Comics. Es wurde der Name Power Broker genannt, der wahrscheinlich das Superhelden Serum gemacht hat. Und natürlich sehen wir auch andere Sachen im Hintergrund, was auch sehr interessant war. Und Sam und Bucky sind jetzt vereint und werden jetzt Baron Simu rausholen. Die Frage ist natürlich, wann wird jetzt Sharon Carter noch dazukommen? Sie ist natürlich auch hier auf jeden Fall im Cast bestätigt oder haben wir ja im Trailer auch schon mal gesehen. Diese Richtung wird vielleicht dann so gehen, dass wir irgendwann sehen werden, dass die Thunderballs eingeführt werden. Und natürlich wird es immer mehr Richtung New Avengers geben, weil es müssen neue Superhelden stattfinden oder passieren. Und das ist einfach eine geile Sache. Ich finde, die Serie baut sich ganz gut auf. Auch zu Wonder Ocean danach, da war man ein bisschen skeptisch, wie wird es sein. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht in Folge 3. Was sagt ihr dazu? Wettet ihr auch das so? Deutet ihr es auch so, wie ich das hier erzählt habe? Oder was meint ihr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Bis dahin und schau und bam!